Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview, dieses Mal zu Fallen. Ein Film aus dem Bereich Verfilmung von Jugendbüchern à la Twilight oder so. Spielt irgendjemand in dem Film mit, den man kennt? Nein. Ist die Handlung irgendwie bedeutend oder so etwas? Nee. Worum geht es eigentlich überhaupt? Es geht um Engel und die, die... Lucifer folgen, aber nicht richtig und die, die Gott folgen, aber nicht richtig und deswegen auf die Erde verbannt wurden im Kampf der Engel und Laa. Auf jeden Fall gibt es da ein Mädel, Luz, und offensichtlich gibt es da irgendwie so eine Geschichte, dass sie und ein Engel und sowas aneinander gekoppelt sind. Und ich will für Leute, die sich das anschauen wollen, weil offensichtlich bei Jugendlichen kam der Film gar nicht so schlecht an. Wahrscheinlich, weil sie, keine Ahnung, keine Ahnung haben, was gute Storys sind oder so etwas. Ich fand das Ganze ziemlich langweilig. Das Ganze immer in so merkwürdigen Sepia-Tönen und merkwürdige Schule, merkwürdige Charaktere, die da sind, aber irgendwie nicht wirklich spannend. Und ja, da sind halt diese Engel und ja, keine Ahnung. Das Ganze basiert auch noch auf einer mehrteiligen Buchreihe, weswegen das Ganze auch noch mit einem totalen Open End endet. Was total Schlimme, total unbefriedigend, egal. Wer es möchte, kann sich den Film angucken. Er sollte dafür beim besten Jugendlicher sein und so Bücher, wie er Twilight oder so etwas mögen. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal.